Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich mit dir nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Stays of Survivor. Viel Spaß! Okay okay wir sind schon mal weiter wir sind schon mal ein bisschen sicher erstellen ich habe 8000 davon das könnte ich mir vielleicht gleich noch ein update ist noch nicht freigeschaltet beendet beendet ungenutzt und endlich dann würden wir auch erst mal unsere soldaten ab 13 13 erst mal alles auf level 13 machen 15 sieht denn das da oben aus kommt frage sooo was haben wir hier noch Ok, hier haben wir noch ein Geschenk, unsere Tagesmissionen, gut, und, aha, was kriegen wir noch, einsam, einsam, erstmal alles mitnehmen, es kann ja alles auf dem Markt nutzlich sein, wenn man nichts betragen kann, dann aber nur noch aus, braucht man es nicht, ui, da ist viel los heute. Außer allen Zahlen, wir zahlen natürlich so viel angebildet, 1150, jetzt haben wir ein, 50% kriegt dafür nochmal so ein Liter, also es sind dann 550, aber es hat sich doch schon mal gut, ich würde sagen, wenn wir das dann soweit haben, können wir auch das hier holen, für zwei Tage, so selten nicht das immer spielen, lohnt sich das, denke ich. Ok, dann schauen wir jetzt mal, so wie wir die ganze Zeit schon schauen, und tätig, auf H3. Ist hier was Neues drin? Nein. Nein, Deko brauche ich nicht. Deko für das ist nur eine Platzverschwindung, und hat keinen besonderen Grund, warum der da ist, nur um schön auszusehen. Ok, ich schau mal weiter, hier ist zwölf, die sind alle zwölf, die sind alle zwölf, und die sind alle zwölf. Da will ich doch sagen, mach mal erstmal so gute Verpflegung weiter. Ja, warte mal, der ist schon 14. 14. Ey, das machen wir noch hier. Oder ob es ein andermal. 14. 15. 15. SV. 20. 20. 25. 21. 25. 28. 25. 21. 26. Oh, was so? Geht auch nicht. Ah, der ist ja nicht schon wieder am Baum. Da ist am Baum. Oh, die geht nicht. So wenig Ressourcen. Ah, komm. Noch zu früh. Jetzt schick mal erst bei dem Hund los. Erkundung. Oh, schuldigung. Hab ich gar nicht gesehen. Erkundung. Da kann. Er bleibt schon auf. Ich dachte, du hättest vergessen, Aufnahme zu drücken. Doch, da ist ja witzig gewesen. Aber sowas passiert noch nicht mal. Und da ich ja nur noch einen Monitor habe, kann ich das nur noch über einen Monitor sehen. Da ist ein Zwei-Monitor-Wirklich viel besser. Auf einen siehst du, was du aufnimmst. Auf einen anderen spielst du. Wenn ich noch einen Dritten hätte, dann hätte ich noch einen Chat reingemacht. Vielleicht. Das wäre gut. Aber ich glaube, mein Rechner kann sowieso nur zwei Monitore anschließen. Aber es würde auch... Ne, geht nicht. In der Größe zwei. Okay, dann werden wir jetzt mal... ...die Appellate bauen. Vielleicht auch verbessern. Null, 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 null. Und die kann ich alle verbessern. Würde ich hier schon einleiten. Gut. Und das gleiche. Deshalb habe ich Hoax. Okay, die verbessern. Verbessern. Allianz. Stärke 3. 20. Verwaltung. Red Wolf. Öl habe ich ja noch nicht. Da habe ich die mich auch nicht so gern bezahlt. Hm, Mensch. Kann ich das anderes machen? Okay. Die sind schon alle ausgebaut. Eine ausgebaut. Stufe 5. Auch schon fertig. Stufe 6. Auch schon fertig. Stufe 7. Aufwärtig. Aufwärtig. Stufe 8. Aufwärtig. Stufe 9. Auch. Stufe 10. Ah, das ist das letzte, was fehlt. Dann kann ich da nicht mitarbeiten. Nee, nee, nee. Die hier oben, die brauche ich noch. Aufwärtig. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay. Jetzt sind wir da. Ah, jetzt wird es von weg. Noi Bomb letztes Mal auch. Na klar. Aber ich bin ja fast fertig. Nicht da drauf klicken. Sonst stürzt wieder das Spiel bei mir ab. Gut, dann kreiten wir diesmal ab. Und nochmal. Kassi mal. Das ist gut. Zack. Ah, okay. Den kann ich auch noch upgraden. Juhu. Okay. Ich bin damit soweit fertig, sag ich jetzt mal einfach so. Aus meinem jugendlichen Leicht sind. Jugendlich? Und dann schauen wir uns mal die Dailies an. Wie wir schnell unser Ziel erreichen. Und die 100% schaffen. Von den Missionen. Da ist noch ein Geschenk. Das Bisse war ja schon da, wo ich wollte. Täglich am Mail. Gehen wir mal dahin. Auf Willkommensermittung. Einsammeln. Zack. Und. Gewehr 20 Allianz Seithilfe. Neun habe ich gemacht. Ja, okay. Das kann ich so nicht beeinflussen. Da muss ich mal warten, bis Leute da sind. Und sagen, ich brauche Hilfe. Gut, dann haben wir das nächste Mission. Spende. Das kann ich auch nicht machen. Täglich fünf Spenden. Okay, ich kann es machen. Dann benutze ich meine wertvolle Währung. 1, 2, 3, 4, 5, Instagram. Nein, jetzt nicht. Okay. Haben wir gemacht. Das war glaube ich auch eine Quest. Täglich für 20 Spenden. Jetzt sollen 20 sein. Na komm. Aber 15 hinterher. Wir haben ja noch davon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jetzt reicht das. Okay, Twitter hoch ist immer weniger. Weil wir das auch sind. Ach, 40. Guck mal, machen wir auch mal die 40. Na. Gehen wir da hin. Spenden. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 8, 9, 10. So, jetzt haben wir 40 Spenden gemacht. Und ich bin da oben. Boah. Weil ich am Anfang noch 9.000 krieg. Na. Okay, das war's. Die wollen keine Spenden mehr. Das ist schon mal gut. Dann schließe eine Herausforderung. Warte mal, da habe ich bessere Herausforderungen als die da vorne. Und zwar hier. Das sind alle die mit den Dingens. Und wenn wir die machen. Sagen wir mal. Schicken wir mal einen Trupp. Zu den Zombies. Und machen die schon mal kalt. So währenddessen. Da sind welche unterwegs sind. Und wir brauchen von denen hier 5 Stück. Sind allerdings nur 3 Stück drauf. Nicht schlimm. Machen wir erstmal die 3 fertig. 1. Und das ist alles ohne Zorn. Die Ätzend. Nur weil der halb abgestürzt ist. Weil ich auch auf den Papierflieger gedrückt habe. Na. Können wir doch mal beschleunigen hier. Kann man das hier auch überspringen. So das ist also jetzt gerade unser erster Angriff. Die zweite Welle kommt gerade. Oder ist schon vorbei. Die dritte Welle. Und die letzte. Hm. Soll ich gleich mal probieren. Andere Leute mitzunehmen. Okay. Haben wir geschafft. 1. War das. 1. Das hier ist die Nummer 2. gonna. 1. Das hier ist die Nummer 2. Das hier ist die Nummer 3. ok und das ist danach können wir noch einmal die Kameras alle machen weil manchmal ist da auch so eine Herausforderung hinter das sieht man ja leider erst wenn man das anklickt da kann man ja immer noch sagen macht man es oder macht man es nicht aber wenn man die Show anklicken machen wir es auch es können die drei verschiedenen Seiten zum Beispiel Rettung ein Angriff oder so eine Herausforderung mit Angriff ist immer so eine Sache ich habe nur zwei Angriffe zur Verfügung deswegen sagen wir mal ach das waren so drei Herausforderungen die verbraucht das war die eine Herausforderung gut jetzt wenn wir die Videos alle machen ja ihr wisst was ich meine das ist ein Angriff der ist schon ein bisschen doof aber nämlich auch kein Schaffen weil die Leute alle unterwegs sind hier haben wir auch einen Angriff hier haben wir eine Rettung die Kirche die sind zurück oh die sind zurück die sind zurück die sind noch nicht in der Basis ach ne Rettung gegen die Bar ach ne Rettung gegen die Bar oh die sind gleich sind sie da das war weiß ich jetzt nicht mehr was habe ich vergessen oder verdreht gut 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 aber gleich noch ein bisschen weiter bis zur Spionage Mission ja ich würde das hier nochmal gucken was war das 970 stark genau vorbei der Basis Hilfe mal ein paar Sachen was ist das läuft ab in 7 Tagen was ist das läuft ab in 7 Tagen und und der Trick nicht erlaten ich würde angegriffen von denen deswegen mache ich solche Spiele nicht so gerne ... ... ... ... ... ... ... ... ... ok ich würde sagen das war's für heute dann holen wir mal das Ticket ab und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen